Viel Glück, Bruder! Geh, geh, Messi, geh! Geh, Messi! Ach, Messi! Ja, ich habe ein bisschen nachher beobachtet. Hat hinten nicht so schnelle Spieler. Von der habe ich vorne natürlich auf Schnelligkeit gesetzt. Ich bin gut vorbereitet. Ich denke, ich habe ein gutes Team. Und es kann losgehen. Diese Mannschaft muss bald besitzen. Viel pass, viel pass. Schnelles Konter. Adrian ist ein gutes Team. Ich glaube, er kann das schaffen. Jeder weiß, dass ich meine Zeit habe. Ich denke, ich habe eine gute Mischung aus Legenden und spielstarken Abwehrspielern. Und im Mittelfeld habe ich ein Marco neben mir. Da muss man mal schauen, wie das Zusammenspiel funktioniert. Marco! Was machst du denn, Aurem? Du drückst so fest, ey! Nuri Sink ist der beste Spieler hier. Aber heute zeige ich ihm, wer der beste ist. Schuss! Schuss! Eddie Mek de Salto! Opa! 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 4-1, Bruder. Was macht der mit dir? Ja! 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 Welche Begriffe! L'Homme du Match! L'Homme du Match! L'Homme du Match! Der final, Mann! Jetzt sind wir auf der Finale fokussiert. Nuri! Oh, das kann nicht sein! Nein! 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 Nuri! Oh! Das ist ein Platz für die Medaille. Ich bin ja nicht umsonst schon direkt neben mir. das Ding. Von daher ist es an der Position genau richtig. Ah! Ah! Nein! Hey, was ist dieser Referee? Bitte! Ja, schau! Hallo, mein Freund! Du hast meine Schuhe! Nein! Nein! Natürlich! Nein! Ja, schau! Faschor! Faschor! Test, test, Mike. Ronaldo, mon frère, qu'est-ce que tu fais? Faschor! Faschor! Good game, Mike. Good game. Good game.